Ein verdientes, kein Abseits. Ja, Wachtermann sieht natürlich alles andere als gut aus. Kommt er raus. Wenn er rauskommt, muss er ihn haben, aber davon war er weit entfernt. Wieder also Marvin Matip, der ohnehin eine so starke Saison spielt. Und jetzt entwickelt er sich auch noch zum Torjäger. Also 1-0 Schalke.